Hallo, ich bin Angelika von AngelikasArkStudio und heute möchte ich euch meine James Gurney Staffelei zeigen. Eine Urban Sketching Staffelei, die auf ein handelsübliches Stativ passt. Die Idee ist von dem Maler James Gurney. Er hat auch da ein Video drüber gemacht, das kann ich ja unten mal verlinken. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Ja, meine Urban Sketching Staffelei, die ist hier zum Aufklappen, hat hier eine Auflage für das Skizzenbuch und hier unten für den Farbkasten. Hier neben drei Löcher für das Einhängen des Wasserbechers und hier noch für Pinsel. Hier unten die Kante verhindert, dass was runterrollt. Man kann hier zum Beispiel auch ein Radiergummi ablegen. Ja, und sie hat auf der Unterseite ein Gewinde zum Anschluss an ein handelsübliches Fotostativ. Man kann das auch hier dann abnehmen und dann ist hier so ein Schnellkupplungsadapter aufgeschraubt, das man auch entfernen kann, um zum Beispiel ein anderes anzuschließen, wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes Stativ benutzen möchte. Und darunter befindet sich eben dieses Innengewinde für ein Fotostativ. Man kann das also direkt auf das Fotostativ schrauben oder eben mit Hilfe dieses Schnellkupplungsadapters. Ja, und dann kann ich das hier wieder einklippen. Ich habe hier noch eine Halterung gemacht für einen Wasserbehälter. Ich habe hier unten noch eine Leiste hingemacht, damit hier nichts runter fällt und man kann hier auch dann ein Radiergummi hin tun. Hier kann man, man könnte noch überlegen, ob man Magnete hin macht, damit die Palette, die aus Metall ist, mit Magneten festhält. Hier oben habe ich Klammern hin gemacht und hier oben links kann man auch noch eine Pinseltasche befestigen. Ja, außerdem kann man hier in die Löcher auch einen Pinsel reinstecken oder auch Bleistift. Ich hoffe, mein Video über die James Gurney Staffelei hat euch gefallen. Ich lasse euch den Link zu seinem Video mal unten in der Infobox und auch die Links zu meinen Social Media, anderen Social Media Kunden. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so benutzt durch eurem Sketching, ob ihr lieber im Stehen arbeitet. Diese Staffelei kann man im Sitzen und im Stehen verwenden, da sie ja höhenverstellbar ist. Und viel Spaß beim Urban Sketching. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder auch ein Abo, wenn ihr noch mehr sehen wollt, was ich so mache und baue. Alles über Aquarellmalerei und Urban Sketching auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Eure Angelika. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020